so die erste folge rendert und ich versuche noch mal hier ein bisschen klar zu kommen hält sich bisher zwei grenzen aber gut man kann nicht alles haben also was ich noch nicht herausgefunden habe bis hier wie ich in die zweite stufe kommen irgendwas mit der forschung ich habe keine ahnung wir bauen lassen hier einfach mal ein bisschen holz bauen finde ich lassen wir gerade nicht wer bist du denn auf jeden fall ziemlich schnell tot um das mal sozusagen finde ich in ordnung so war es das oder sollten wir vielleicht lieber noch mal gucken gehen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob das so klug ist ja so kann ich jetzt vielleicht bauen ist das möglich hier ein bisschen holz hauen und noch ein bisschen mehr holz hauen wer schreit und vor allem wo wird geschrieben ach da oben oder was hallo ich habe wo werden hier gekämpft hallo keine leute wahrscheinlich gehe ich mal davon aus lasst uns mal hier gucken ob hier ja hier passiert ja auch wahnsinnig viel na gut hier habe ich auch nur jagddinger eingestellt ich könnte hier auch mal ein bisschen holz abbauen lassen einfach mal so weil es kann irgendwas wird hier angeliefert gerade ja 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 das wissen wir doch according sektor claim sektors kennissen ja ja das ist ja okay ja bloß irgendwie irgendwie reicht das alles noch nicht wenn ich das mal so feststellen darf ich werde jetzt hier noch mal da passt er nicht hin hier passt er hin und ich werde auch noch mal eine hunting kevin bauen wie können wir nicht nein will er nicht lässt er uns nicht bauen der hund da auch nicht da könnte ich sie hinstellen und ein bisschen steine kloppen könnte hier oben auch noch hier ist ja die hauptbase hier könntet ihr da ist aber kein platz das ist doof ähm ne da sind ja auch keine steine in der nähe mm 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 da vielleicht ach machen wir einfach mal mal gucken was sie da werden schauen wir einfach mal um bedarf dessen würde ich gerne herausfinden was haben wir hier jetzt elben novice habe ich irgendwie gebaut also wenn dann sind sie nicht da bau mal ein paar mehr geht nicht oder was willst du mir sagen na gut ich nehme das so zur kenntnis ich würde trotzdem gerne mal machen wir hier mal fortify buildings einfach mal was können trotzdem ist mir noch nicht immer noch nicht klar wie wir hier forschen können ich probiere das mal können wir hier vielleicht noch einen anholen ich glaube ich habe auch recht nicht genug arbeiter unterwegs ist mal so eine vermutung von mir da ist einer drin ist auch einer drin was ist denn mit den soldaten die hier in auftrag gegeben habe ich jetzt verarschen was passiert jetzt wie sie sehen sehen sie nichts ich habe hier nicht genügend truppen eindeutig nicht wenn ich den jetzt hier raus lasse wird er wahrscheinlich auch nichts machen also keine ahnung leute ich bin gerade echt ein bisschen so wir haben viel zu wenig holz steine können wir uns glaube ich fuß scheint sieht auch gut aus vielleicht sollte ich wirklich noch mal einmal gut kater hier in stellen und nochmal und kater weil holz sehen wir glaube ich echt scheiße aus und kater provides more workers ja mach mal würde ich gut finden was hast du zu sagen ach hier ist keiner ja kann ich jetzt auch nichts gegen tun her zaubern kann ich sie auch nicht ist halt so naja wir haben hier keine arbeiter ich bin wahrscheinlich echt zu doof das spiel zu spielen kannst du mal vielleicht was tun ne das mag er auch nicht das ist auch nicht sein thema hier können wir vielleicht mal einen rauslassen lalalala du hast auch nichts gebaut finde ich auch ganz toll was ist denn hier los ach so das sind die truppen kann ich die eigentlich hier reinsetzen geht das ähm nö irgendwie nicht wirklich äh move nö attack stop naja wie auch immer also ich glaube mal da rein ist nicht was denn da ist wieder stress ah die kommen hier mit kavallerie das ist ja ein traum ihr dürft übrigens auf wenn ihr wollt so ist das nicht oh 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 das sieht nicht gut aus naja 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 aber hier passiert auch nix an dem outpost hier kommt nix an aber auch rein gar nix was ist das denn äh 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 was passiert hier denn so was bist du denn ein henchman das ist ja toll naja du arbeitest wenigstens was willst du mir denn sagen hier nein ich kann keine reinsetzen wo kriege ich denn arbeiter her leckt mich doch fett ach je da wird es jetzt wohl dauerstress geben was ist ja ei ei dass ist nicht gut das ist gar nicht gut ja 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 okay archery kann also aufsteigen oder nicht sie zu aus change hat konzentriert ich nicht mal den also ok 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 jetzt hat er zauber auch cool wie gesagt ich habe die ersten beiden teile nicht gespielt an alles bei v3 kenner das ist für mich alles neu ok was ist das nehmen wir automatisch hier kommen auch nichts an aber auch rein gar nix also hier sind habe ich das ding eingenommen habe oder ein japanser kreisumfeld hier passiert auch irgendwie gar nichts ich weiß nicht was hier los ist er hat holzprobleme hier kommen aber auch nicht genügend ich habe ja auch nicht genügend arbeiter um hier wirklich das zu befüllen hier weiß ich überhaupt nicht was los ist so ich habe einen zweiten goldstone wo denn das ist ja mal toll wo sollen der bitte schön sein da oben kann ich da jetzt irgendwas machen also nicht wie bei dem anderen dass ich mir hier ein war ja nichts zu wollen ist sein workers das ist der track ach da ja keine ahnung kann ich nicht für nichts auswählen ok ok bla gar ich beziehe aber richtig prügel würde ich sagen weil was der hier anschleppt ist nicht gut ich bin noch irgendwie mehr mit meiner wirtschaft beschäftigt als dass es wirklich gut wird Ja, die haben uns mal ziemlich niedergemetzelt. Und damit war es das, ihr Lieben. Hm, was soll ich sagen? Tja, blöd gelaufen. Held verloren. Hier stehen auch keine Truppen. Ähm, wie soll ich es mal formulieren? Das wird nix. Das wird im Leben nix. Wie gesagt, was mich jetzt noch mal interessieren würde, wäre der Fakt, ähm, der Fakt, wie ich dann mich hier weiterentwickeln kann. Das habe ich echt noch nicht geschnallt. Hier ist auch dauernd so ein komisches Icon drüber. Ach ja. Ja, das ist ja ein Traum. Ja, okay, ihr Lieben. Ähm, ja, da muss ich mich wohl noch ein bisschen reinfuchsen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich weiß noch nicht, äh, wenn ihr Lust habt, auch mehr davon zu sehen, vielleicht auch mal, wie ich es nicht verkacke. Ähm, schreibt es gerne unter die Videos, unter das Video. Ähm, ja, beziehe ich ja mal, obwohl, ich habe es abgewehrt. Man glaubt es nicht. Hilft mir jetzt zwar nur für den Moment, aber ich bin stolz auf mich. Ähm. Ach, halt die Fresse. Dann bauen wir noch mal ein paar Bogenschützen. Was kann ich denn hier? What? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Warum hier drei Leute drin sind, das weiß auch niemand. Jey, ich ahnte es fast. War ja zu erwarten, dass ich das nicht, äh, dass es nicht lange ruhig sein würde. Und ihr habt keinen Bock zu kämpfen. Ja, das sieht alles nicht so gut aus, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Äh. Bauen wir mal hier noch ein paar. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich den, wird der Outpost gerade ausgebaut. Wenn ich das richtig sehe. Ist jetzt bei 52 Prozent. Gibt eine Maxim. Ah. Okay, ich glaube, ich bin da etwas schnell gewesen. In dem, in dem Ausbau von meinen, äh, von meinen Dingern hier. Weil, ich kriege darüber, die dreien, also bin jetzt bei 53. Ach, ich bin so doof. Kann ich hier irgendwas machen? Repair Sanctum. Ja. Tja. Da war ich wohl ein wenig vorschnell, um das mal so zu sagen. Ich glaube allerdings, dass das so ein Game ist. Okay, das ist jetzt nicht so, wenn man wirklich vernünftiges Let's Play, ein langes Let's Play machen kann. Ist mir durchaus bewusst. Ähm. Aber so für mich selbst zum Zocken, finde ich das jetzt so auf den ersten Blick sehr, sehr interessant. Ähm. Da muss ich jetzt einfach mal gucken. Ähm. Ob das dann, ich werde es noch ein bisschen spielen, gehe ich von aus. Wie gesagt, wenn ihr noch vielleicht ein Match sehen wollt, wo ich ein bisschen weiter bin. Ähm. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil... Oh je. Ist klar. Macht ihr mal. Ist Stress. Habe ich jetzt nicht anders erwartet. Ja. Okay. Ich werde das Spiel jetzt an dieser Stelle verlassen. Das macht wenig Sinn. Guckt euch die Mengen an. Die sie da haben. Ich glaube, ich hätte mich nicht so schnell breit machen dürfen. Die metzeln mir hier alles weg, was nur nieder zu metzeln ist. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, ihr Lieben. Dann soll es das jetzt für diese Aufnahme gewesen sein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Möchtet ihr noch sehen, wie ich es vielleicht mal ein bisschen anders spiele? Ein bisschen vernünftiger? Man weiß es nicht. Ich bedanke mich für euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt, let's test oder let's play. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020